Heu, voll Heu, das riecht so gut. Fast Sommer vorbei und wir haben ganz viel Heu jetzt für den Winter für die Geister. Ganz ein schöner Raum. Die Hunde lieben auch hier rein zu kommen. Heu. Da habe ich überall ein bisschen Burra. Schalte Sachen und Reservesachen, Töpfe, Holzsachen. Das ist ein sehr grosses Raum und da hinten haben wir sogar eine Pferdekutsche. Ganz ein hübsches. Da hat es früher noch eine Pferde gegeben. Okay, tschüss. Hi, mein Eggli. Wir haben gerade vom Fischern. Ist es richtig? Die Hunde haben uns gern. Suspicious night. So, jetzt bin ich nach Hause gekommen. Ich habe jetzt kein Vorausweis. Ich habe drei Arten, aber kein Vorausweis. Ist etwas passiert. Ich kriege den Ball zurück. Hecht. Jetzt bin ich da mit Rucksack. Schöne Kleidung. Ein Bellum. Ich bin da voll gefahren. Es hat voll geregnet. Aber jetzt bin ich daheim. Ich freue mich. Tschüss. Tschüss. Ich habe so ein Sesum BH. Und ich habe so ein super Tücher dazu, wo man das gut tragen kann. Ich habe noch ein Schuss, sieben Morgen, vierte von sieben, nach der Dunkel gewesen. Und dann ist es ein Zack. Und fast ein zweiter. Der ist immer von mir dann geschwommen. Ein grosser. Ich habe einen kleinen. Aber schön. Viel Fleisch. Schweizer Pflanzen. Ich habe eine spezielle Fischern-Rüstung. Also das heisst Fischernbekleidung. Ein bisschen speziell. Ich komme eben direkt vom gestern Abend. Ich bin vernechtet und nachher mit schönen Schrömpfen. Und schöne Schuppen. Hi. Jetzt ist es. Oh, jetzt muss ich schauen, was ich da sind. Die Löwen. Freitagabend, morgen gehe ich fischen. Bin schon. So, jetzt bin ich das erste Mal. Velogfahre mit Ruten und Fisch. War so cool. Heute Fischigluck. Ein grosser Äggle. 3D-Sacken-Rüstung, mein Rekord. Freue mich. Ich habe gemeint, ist ein Ech. Und schon. Schwingt, kommt, ich bin nicht. Freue mich. Tschüss. Hier kommt dann da, meine Schildkröte. Unterwegs im Garten. Ist jeden Tag leidend. Oh, jetzt geht sie auf die Blumen los. Ganz schön. Tschüss. Das ist meine Superduschi. Das ist einfach viel so. Als Licht kommt ein Wasser. Das ist ein Laufen. Und ich habe zehn Meter. Das ist ein Laufen. Das ist ein Laufen. Es ist ein Laufen, immer noch. Und so schön, da. Ich muss es noch knies, sondern es ist noch ein Laufen. Sommer geht langsam so. Aber wir haben noch schön. Und der Poolbereich ist so herrlich, dieser schönen Stein und dann die schönen Folgen von den Blumen. Muss man einfach manchmal anhalten und geniessen. Tschüss, es ist schon schnell vorbei. Jetzt fahre ich Bus. Vem kann segla för utan wind? Vem kann röra utan norr? Puss auf der Stelle. Puss auf der Stelle. Tschüss. Hi, Strip Parade. Ich gehe jetzt ins Strip Parade und das Wetter ist schön. Ich freue mich. Jetzt gehe ich zum ersten Mal auf eine spezielle Party. Ich komme doch nicht rein unter diese Kleider. Ich bin gespannt. Ich gehe noch kurz gucken. Jetzt bin ich heute spannend, oder? Nein, nein. Ich bin einfach gespannt, wie es ist. Vielleicht wenn es lustig ist, dann gehe ich dann ein anderes Mal weg. Vielleicht mit der Freundin oder der Kollegin. Tschüss. Nachher. Oh, wo du siehst? Nein, gib ihm einen, zum Bissen, weisst du. Jetzt haben wir wieder einen. Wie ein Piranha. Ich bin nicht so üblich zur nächsten Szene. Ich bin aber noch nicht gut. Na, so. Ich habe Hunger, oder? Ja, du, meinst ja auch der, der Jahre der stirbt. Die Jäte, das ist maximal ein Jahr, in Maximum zwei Jahre alt. Er ist super jung. Die ist mega fein und so. So schön, Brille, für zu neu. Jetzt haben wir einen großen, jetzt haben wir keine so viel große, jetzt haben wir einen großen. Das ist echt geht mein Fischen, ne? Gestern auch. Ja, wir machen sie. Sie besteht zwar nicht, das ist die Fule. Sie wissen sich nur am Schwanz aufsetzen. Sie haben eine kleine 5. Hand. Der ist sehr orange, ne? Der ist im Moment nur eins. Geht doch hoch. So, das sind die schönen Zahnen, ganz nahe. Oh, das ist gut. Heißungen von Regnskogen. Wie heißt es jetzt? Pris. Pris, Pris. Wie heißt es? Bouff. Ahhhh. Na, hier weg jetzt. Hey, die ist richtig haarig. Das, was sie hat, diese Härchen, die sie zum Beispiel hat, viele wissen, die auch zur Verteidigung zu nutzen und dass sie die eben praktisch mit dem Hinterbein abstreifen und dann so einem so zu, zu. Die, die ich abschalten kann, macht dieses Geschäft zur Oberstadt und Bau. Das sind die 38 Meter hoch. Und dann geht es so rein, dass das Boot etwas schlimmer tut. Die Töne in der Nacht. Die ganze Nacht, die It's so laut. Ja, ein Piranha. Na. Mein dritter, ja. Ah ja, schön! Alter! So gut! Schnell, oder? Ja! Ja! So ist er da? Ich nehme es jetzt weg. Tschüss! Schönen Dreck! Ja, das ist ein Dreck! Jetzt kann man das auch ganz gesehen, wie die Atten sind. Hat er dann da? Das sind große Viehchen. Hi, kommen wir gerade vom Dreck in Wald. Haben wir meine Landrunken gemacht. Am Abend. Es ist voll. Es ist so feucht. Also beim Diröl. Gerüse. Dreck. 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 Frau Buh. Dreck. Kropp. Grafen Glocka von Grüni. Färbra som inte ville vara stor. 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 Färbra som inte ville vara stor.